Du bist alleine unterwegs. Ja, ich bin heute der Abgesandte unserer Band. Den anderen war es zu weit. Und ich als Berliner muss natürlich antreten. Jetzt ist das so, wir ein Familientreffen immer wieder trotzdem. Also dementsprechend bist du nicht ganz alleine. Ich bin hier. Ja, Gott sei Dank. Und andere Leute auch? Freut man sich so, andere Leute zu sehen? Hast du dich verabredet mit irgendjemandem heute Abend? Das ist ja das Schöne an dieser Veranstaltung, dass du dich nicht verabreden musst, weil man eh alle trifft. Nee, also wir sind nominiert und ich weiß, dass wir kein Echo bekommen. Warum denn? Weil andere mehr verkauft haben. Da hat man ja so seine Connections. Und es ist nun mal ein Preis, der nach Verkaufszahlen geht. Und da haben wir nur den zweiten Platz geschafft. Deswegen ist es wahrscheinlich von der Motivation her für die anderen. Deswegen, ne? Ich oder wir alle sind normalerweise schon immer ganz gerne vor allem auf dem Echo. Wir waren jetzt halt bis vorgestern unterwegs. Die anderen haben auch Familie, so wie ich auch. Ich habe es nicht so weit zur Familie. Deswegen haben sie jetzt die Familie vorgezogen und mich hier den Partypapst machen lassen. Du sagst jetzt, du bist ziemlich sicher, dass ihr den Echo nicht kriegt. Jetzt, wem würdest du denn den Echo denn gönnen so? Na, Revolverheld natürlich. Ich wünsche euch trotzdem toi toi toi. Dankeschön. Und hoffentlich hast du einen netten Sitznachbar. Oder Nachbarin. Einen netten Sitz, dachte ich. So ein XXL Seed. Nein, ich dachte so links oder rechts. Ich habe eine Top-Nachbarin, meine Frau. Okay, gut. Besser kann sie.